Die Bäume, Hasen hoppeln um die Sträucher, alles sehr leer, weil die Studenten noch in ihren Ferien sind. Wir haben am Wochenende vor allen Dingen dahinter an der Basketball Court, wo wir unsere Yoga Sessions machen und hier direkt die Bäume. Es gibt hier viele und die verstecken sich immer in diesen Bäumen. Weiterebänke sind auch fast angekommen. Allerdings haben wir dafür überhaupt keine Zeit. Und dann gegenüber davon, findet sich auch schon unser Bright Future, Ronald Doe. Ihr seht wohl. Geh in da, geh in da, geh in da, hier wir gehen. Guck mal Badu. 30 Sekunden anzeigen. Jetzt 30. Show me your number, show me your number. Straight, straight, straight. Good. Hoch. Genau, sauber. Good, good. Good job. Good job. Good job. So am Durchhalt, Christian. Sauber. Guck mal. Sehr gut. Guck mal, guck mal. Guck mal. Auflöschen, auflöschen, auflöschen. Gut, gut. Nice. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal. Das war's. Get Salad! Ich hoffe, dass wir hier draußen spielen können, und das Team in Frankfurt hat mir einen Deal gegeben. Ich bin definitiv in das jetzt. Ich weiß nicht viel über Deutschland, aber es ist passiert, dass wir beide da sind. Es wäre schön, dass wir da auch einen Freund haben. Jungs, wollt ihr ein Foto machen? Sergio? Ja, du bist so großartig. Aber du bist großartig, dein Dad ist großartig. Ja, ich bin hier in ein paar Minuten. Und ich will dich in den zweiten Mal. Jungs, die sind alle, in den letzten Jahren. Jungs, wie ich mich, alle, der beste Basketballballer zu spielen. Und er war ein großer Athletiker. Er war ein großer Athletiker. Er war ein wichtiger Sport, dass es nicht mehr Sport ist, als sichere Sport bei dir zu spielen. Sport, wie amerikanische Fußball und Baseball, ich bin in der NBA. Ich bin ein televisioner Vizepräsident, so ich sehe die ganze Zeit. Aber in den off-season, in den Sommer, in der Jahr, das ist das hier. But these are things you do just to... You're not going to use that in a game. You're not going to show it. So how are you going to get better? Playing game-sized guys when he started out because he spent more time working and being efficient. So you have to learn to be a great shooter. And again, you can be a bad refereer. So I like that country. It's a good basket, pass and dribbling and shooting. And sometimes that's why Europe has been catching up to us. So let you... The man down there that you passed the ball, who is that? The guy? His name's John Lure. One hour of practice. You can say, I'm going to work on ball handling. But it's all right-handed. Everything they do, it comes down the floor, it's right-handed, it's right-handed. And they're never dribbling. He played in North Carolina too for Dean Smith. So he was a very skilled player. He wasn't always the toughest guy, and that was probably what made him not as good as... And they played with a lot of European or international players. Yes. How come? The management really is focusing on international. Why did I? Oh, him. Oh, him. Just got a great offer. You know, right now with the NBA lockout, four generations maybe. It's quite a way. It's a way. I think. I don't know for sure. The last 10 years or so, I think it's because of that fundamental. That's the one thing I tell you, the fundamentals, if you can master the fundamentals, just work on them. Any more questions? No? He does a lot of individual work, so he knows a lot of great people. Finally start getting loose. See, next time. Give us a little bit of a little bit. All the speed, you know? Oh, it's a big one. Oh, it's good. Woo! 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 Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.